ach guck mal die musik geht jetzt auch wieder ich glaube das war nämlich nach dem speichern oder so ging das dann auch wieder das ist irgendwie ganz komisch aber wie gesagt ist bestimmt einfach nur ein kompatibilitätsproblem reading wieso ist ja gerade reading gemacht ich will speichern kann ich nicht quick save machen ich mach lieber save pass auf quick save das ist irgendwie so unbestätigt hier ist da bin ich mir nicht so ganz sicher ob das auch funktioniert was das überhaupt für einen unterschied macht safe complete ok na dann wollen wir mal weitermachen ich hoffe natürlich dass er das level jetzt gespeichert hat das ist ein bisschen komisch bei dem spiel aber mal schauen und wenn nicht muss ich dann halt wieder offline das ein bisschen durchzocken das level ist ja auch nicht so schön ok die musik geht auch wieder wunderbar das ist doch schön anscheinend spielte auch immer nur das musikstück ab und dann macht er einfach nicht weiter wahrscheinlich fängt er normal wieder von vorne an ich weiß das nämlich auch gar nicht mehr wie das war ob er von vorne anfängt oder ob ein anderes stück anfängt aber im prinzip sind die stücke ja auch immer auf das level angepasst was bei den diesen leveln hier immer noch die erste musik ist aber ich glaube bei den nächsten dann auch das ist ja cool okay das mache ich da noch nicht wir fliegen geil also das hätten wir auch mit kanonen jetzt abschließen können ja ok und den manniken sammle ich mal ein so pass auf na fliege zack geil und jetzt ach pass auf warte mal können wir jetzt den wasserfall vielleicht hier jetzt habe ich glaube ich ein kleines problemchen ah ne guck an ich will mal ausprobieren ob ich den wasserfall vielleicht jetzt hochkomme dadurch dass das ding ja fliegen kann ne ok aber kann sein dass es da auch noch irgendwas für gibt so aber fliegen ist schon cool irgendwie so das schiff kann echt so einiges wahnsinn jetzt haben wir wahrscheinlich eine tür geöffnet ah guck mal die unten die da unten haben wir geöffnet und da können wir auch noch durch so ab da durch zack oh zack na komm okay zack wieder fliegen hier einfach so zack na perfekt so ist das doch gedacht mensch ich gucke gleich nochmal auf wir hier im geheimen gang habe oh na komm so karte wo bin ich denn da bin ich ne sieht nicht so aus cooles level wahrscheinlich ach guck mal wenn wir jetzt jetzt haben wir diese boje abgeschossen jetzt können wir wahrscheinlich da oben lang naja tschu ich will nochmal fliegen na komm ich will gleich nochmal einen vollmodus hier haben so ah ne bringt doch sowieso nichts weil wir dann sonst nicht durchkommen okay ah ja guck mal jetzt kommen wir da oben lang ö ich wollte da oben lang nicht da unten so okay das ist noch nicht geöffnet was haben wir denn hier alles was ist das denn bing okay was ist das was ist das hier kommen wir aber nicht durch aha 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 ach so warte mal was ist denn das schießen wir doch auch bestimmt nur an oder ah ja bing 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 okay das macht gleich zwei tore auf ah nur für nur mit kurzen zeit ach so so ist das okay na gut dann nehmen wir erstmal den rechten Weg oh das hört sich auch irgendwie nicht richtig an aber es war nicht so gemeint wie jetzt vielleicht der eine oder andere gedacht hat oh aber hätte ich linker Weg gesagt ist ja auch so eine Sache ne wir entscheiden uns ja immer für den Mittelweg oh scheiße was ist das ein Oktopus ach was der schwimmt nur in eine Richtung okay ah ah verdammt scheiße ich brenne nein okay jetzt geht es richtig zur Sache hier schon ich mache erst mal den hier blatt lalalalalala lalalalalala fahr da rüber nein oh fuck ich sterbe jawohl ah die Minen sind nicht so gut besonders nicht wenn der nicht doof genug ist und da nicht drauf reinfällt scheiße Ach, okay, aber die Türen sind ja noch alle geöffnet. Aber ich habe kein Leben mehr, verdammt. Verdammte Axt. So, die gab es nämlich hier ganz selten, die Leben. Ich hoffe, wir starten dann auch... Ja, wahrscheinlich starten wir dann hier wieder ganz von Anfang, aber hoffentlich zumindest in dem Level. Das wäre sonst richtig mies. Wenn wir auch nochmal vom ersten Level anfangen müssten. Beziehungsweise vom ersten müssten wir ja nicht. Ich habe ja einen Spielstand, aber... Dann halt vor dem zweiten Level. Wow. Wow. Oh. Mann, fahr doch mal über die Mine rüber, du Arsch. Arschkegs. Ich erwisch den auch selten, ey. Ja, oh, perfekt. Das war aber echt sauknapp. Alter Schwede. Oh, das war auch knapp, aber uns hat es auch erwischt. Ja, perfekt. Ah, der war besser. Jo, wo können wir denn jetzt noch lang? Ich guck mal lieber nochmal auf die Karte. Die uns nicht wirklich was bringt. Weil die da an der Stelle gar nicht aufgedeckt ist. Was soll so weit werden? Und schon wieder sollen wir dieses Schiff... La, 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 la... Aber unsere... Ah, nein. Das hat uns noch erwischt. Verdammt. Ich wollte gerade sagen, das Ding hat ja zum Glück nicht so eine hohe Reichweite. Aber im letzten Moment... Im Schuss hat uns das Scheißding ja noch erwischt. Ich muss eben mal eben... Äh, eben mal eben, ja. Ich muss mich mal eben auf... Darauf konzentrieren, die Leute allein zusammen. Ich hoffe, hier ist noch irgendwas... Wir sehen ja nichts auf der Karte. Stimmt ja. Stimmt ja. So, von da sind wir gekommen, Mann. Kann ich dem eigentlich irgendwas ausrichten? Ich meine, das ist ja einfach... Ne, könnte ich nicht mal. Auch geiles Vieh, das ist immer nur... Auf einer... Gerade in Strecke unterwegs. Auch die Musik hieß... Ah! Achso, er ist in die Richtung. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Ach, da ist schon wieder so ein Scheiß... Vogelvieh. Und da sind jede Menge Raketen. Äh. Von den Schätzen sammeln wäre echt viel zu wenig. Ich weiß gar nicht, wo die alle sein sollen. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Perfe... Ah! Wie viel Treffer brauchst du denn? Arschvogel, ey. Du Arschvogel. Und hier sind irgendwie richtig wenig Leben. Auch nicht irgendwo noch ein Verstechergang. Ich meine, den könnten wir jetzt ja nicht mal sehen. Ja, perfekt. Okay, der kommt als Hühnchen runtergef... Äh, als gebratenes Hühnchen oder was auch immer. Äh, 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 äh. Ich meine... Oh, okay. Hier haben wir... Hier kriegen wir wieder Leben. Was heißt Leben? Wir kriegen wieder ein bisschen Heilung. Leben habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Das hat es echt schon in sich, ey. Und das ist ja erst... Was weiß ich... Das... Dritte Level jetzt. Oh, Heilung. Das dritte von... Was weiß ich... Wie viel gibt es da? Ich glaube... Fünf Spalten. Also 20... 20 Level bestimmt oder so. Und es wird nicht unbedingt leichter. Das können wir schon mal sagen. So. Aber hier ist noch nicht das Ziel. Wieso ist die Karte immer noch nicht aufgedeckt an der Stelle? Hm. So. Ich muss echt gucken, dass ich irgendwo einen Geheimgang finde oder so. Hier ist auch nichts, ey. Ne, ich glaube in dem Dunklen, das wäre auch ein bisschen sehr fies. Warte mal, hier könnte aber was sein. Okay. Nichts. Ne, da kann nichts sein. Okay. Okay, okay, okay. Hier ist allgemein nicht viel. Los. Wo sind die alle? Achso, hier sind wir hergekommen. Ja, ohne die Karte ist es ein bisschen blöd, sich hier zu orientieren tatsächlich. Ach ja, stimmt. In die Richtung. Oh. Der macht auch ein bisschen Schaden. Und jetzt kommt bestimmt wieder so ein Scheiß. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich mach erstmal euch platt hier. Du kommst von vorne. Perfekt. Nein. Ja, die UFO, was soll das denn? Okay, wir wurden nicht angefaggelt. Ich hasse ja immer diese Boote, die einen abfackeln wollen. Oh, aua. Aua, aua, aua. Komm. What? Scheiße. 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 Scheiße, 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 scheiße. Nein, wir sind so kurz davor. Oha, weg. Weg, weg. Ich... Ja, das ist jetzt echt... Ein Überlebenskampf. Ich will diesen letzten Vogel hier... Scheiße, ich will den weg haben. Mann, geh weg. Geh weg. Geh doch einfach weg. Der ist halt so... Die anderen Sachen, die sind ja alle kontrollierbar. Ja, perfekt. Ah, perfekt. So, jetzt machen wir nämlich den Rest hier weg. Mal warten. No, dass sich das Ding hier dreht. Alter. Boah, scheiße, das war knapp. Okay, das kann ganz gut was aushalten, das Ding. Ich stelle uns mal hier so ein bisschen an. Und... Oh, das bringt nichts. Wir müssen noch mal warten. Die Städten... Äh, die drehen sich jetzt ja auch schneller. Die scheiß Dinger. Ich muss gleich Gas geben, wenn du dich das weiter dreht. Ah, perfekt. Haben wir noch geschafft. Jawohl. Oh, Heilung. Ich schlepp mich hier echt von einem Level zum anderen, ey. Oder von einem Hafen zum anderen. Ich brauch eigentlich noch mehr. Das ist viel zu wenig. Aber das ist immerhin ein Checkpoint. Ach nee, scheiße, wir haben ja kein Leben mehr. Das ist kein Checkpoint. Wir müssen jetzt durchkommen. Ich muss jetzt irgendwie durchhalten. Oh, da unten ist eine Sackgasse. Ich hoffe ja mal, dass das das... Aber wahrscheinlich warten jetzt jede Menge Gegner auf uns, ey. Oder? Oder, oder, oder? Das sind keine großen Gegner, die Viecher. So, ist hier noch irgendwo... Nee, kein geheimer Gang irgendwie. Ach, es kann doch sein, dass die Karten immer so aufgedeckt sind. Dass wir immer nur so eine... ...so eine halb zerflederte Karte da irgendwie haben. Kann natürlich sein. Dass das extra ist. Ich hoffe ja mal, dass die Nacht dann wirklich... Oha, hier müssen wir auch ausweichen. Was jetzt zum Glück nicht so schwierig ist. Also das sind auch die leichtesten Gegner. Die sind ja berechenbar, aber... Diese scheiß Vögel, die sind nicht so ganz berechenbar. Deswegen wollte ich die auch direkt am Anfang gleich weghaben. Oh. Nein, jetzt müssen wir durch. Jetzt müssen wir hier durch. Oha, scheiße. Oh nein. Da habe ich mal richtig gefehlt. Nein. Nein, 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 nein. Oh nein. Oh man. Und nun? Was nun? Es kommt bestimmt ein Video, aber klar. Oh? Scheiße. Hibbi, wir spielen Schiffe versenken. Scheiße. Das ist ja blöd gelaufen. Das dritte Level? Ja. Ich glaube auch, ich habe das ja damals relativ häufig gespielt, das Spiel, aber ich glaube durchgespielt habe ich das auch nie. Oh. Ja. Das ist jetzt die Frage. Wir starten. Wir müssen am dritten Level am Anfang starten, weil ich da abgespeichert habe. Na gut, aber da jetzt auch schon wieder keine Musik ist und ich ohnehin schon jede Masse Musik reinschneiden muss im Nachhinein, bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und wie es dann weitergeht und ob ich das dritte Level denn dann wirklich mal endlich schaffe in der nächsten Folge, ja, das seht ihr dann irgendwann um 20 Uhr, keine Ahnung, ist halt alles sporadisch und just for fun und ja, wenn ich einfach mal Lust wieder auf das Spiel habe. Also macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.